Natürlich hat man Angst. Da steigt man aus, man wird sofort angegriffen, bekommt Flaschen um die Ohren, aber wir sind sehr gut vorbereitet. Respekt sollte man haben. Es geht halt wirklich um was. Du fährst los und weißt eigentlich gar nicht, was auf dich zukommt. Wir sind gut ausgebildet. Wir gehen die Sache mit Ruhe an. Ich habe eine Aufgabe zu erfüllen und für die brauche ich einen klaren Kopf. Also wenn ich mein Team nicht hätte, wäre ich handlungsunfähig. Man verlässt sich aufeinander und das ist das A und O. Gerade dann ist es am schönsten, wenn man im Team das schafft, aus dieser aussichtslosen Situation noch das Beste daraus zu machen. Wenn jemand gehen soll, dann geht er auch. Letztendlich liegt es halt nicht in unserer Macht, das zu entscheiden. Das ist immens wichtig, dass die Leute Verständnis haben und sagen, das tragen wir mit. Das ist mein Beruf, das, was ich gern mache. Wir sind keine Alltagshelden. Es ist ein schönes Gefühl, Menschen zu helfen. Ich liebe diesen Job. Ich mache einfach meine Aufgabe, so gut ich das eben kann. Ich liebe euch. Untertitelung des ZDF, 2020